wir öffnen kästchen nummer 24 leute und merry christmas heute ist weihnachten und deswegen gibt es eine spezielle folge wir spielen call of duty world war 2 20 minuten ship map und probieren die 500 kills zu schaffen abonniert gerne den channel und schaffen wir den nuklear ich weiß natürlich dass das hier nicht geht aber trotzdem vielen vielen dank für unseren support in den letzten vier wochen es ist endlich ist soweit auf das auf das ich eigentlich hingearbeitet habe und ja ich wünsche euch allen ein wunderschönes weihnachten genießt das video und schaut gerne auf instagram und tiktok vorbei los geht's ich probiere jetzt mal mit mir ein standard war auf mir was zu reißen und was nicht geht geben wir wieder mal zu wanderlust zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei los geht's hatte und wir haben hier zehn bots nur weil ich mir denke so richtig und feier ja das geht sogar das geht ihr schweig okay die erste kürze auf jeden fall da war ein guter erster run fünf kills ja man muss sich halt nicht eingewöhnen oder so neun kills nach 30 sekunden ist okay ich habe sogar gesehen man die wollen die ganze meine drohne runter holen ihr seid doch so kleine ghost man die munition war leider leer ich habe schon warum es war nicht immer jemand warum es war nicht immer jedes sinne verarschen man sagt ja oh mein gott ja gern ghost mein fuß ist abgerissen ja perfekt ja man viel kühlt fünf die regner nicht mal dazu und eine ärgerinfanterie hat mich gekillt man das ist ja heute schon wieder so ne scheiße mein aim ist krank ist so krank man kann man irgendwo hier eine bar auswählen ich hätte gern die bar mal die bar ich glaube die bar habe ich noch nicht freigeschaltet ja ja dann wenn du keine anderen sagen wir gehen ich wohl ich habe ein basic das auch gut ich glaube ich nehme die base ist dann gehen wir mal durch das geht nicht das geht nicht das geht mit dem basic kann man leider nicht durchgehen weil das game verkrackt ist und die gegner entscheiden kein programm ist das eine pump kann ist das eine schrotflinte das ist eine wo haben wir denn eine schrotflinte habe ich über eigenen wir sind alle leer hat das doch das tut das was ich doch nicht machen ach man gut achsen möchte könig könig töter ja das war mir klar ich wollte doch schon da reingehen so was haben wir das hat ja die brandpump kann ist natürlich noch geiler aber die habe ich sowieso noch nicht aber hat noch eine papp kann habt ihr gesehen hat auch eine pappe aber so wird das nichts mit den 500 kills so wird das nichts haben wir hier die bar ja das ist die bar perfekt das ist die bar mein gott wie hart kann die aussieht ich glaube hat die hatte das bei jeder wie das hat nein leider nicht nicht das heißt nicht bei ihr das heißt ich weiß nicht genau wie das hat ach man hier das ist eine verarsche hier wie soll ich 500 kill schaffen mit so eine verarsche okay ich gehe mich eher mit 250 die gegner ist nicht so acht gefickt ich man ich habe 50 kinder gerne huren sinne da war nicht bei den gegner wo okay dass man was neues das wende durchschießen gehen okay die gegner die facken extrem ab ich hätte mir geht ihm wieder gerne killstrick aber es ist gleich unschaffbar da musst du kämpfen bis zur vergeltung ach come on mit der pistol kleider wittnamen daneben seid auch einfach tötet tottot sicher das spiel ist scheiße das spiel ist scheiße es tut mir leid die ersten sechs minuten sind rum und ich habe die ich habe jetzt schon die ansicht dass das spiel scheiße ist okay ich hatte nie die ansicht das ist so du bist die kleine schwuchtel wie immer mit der scheiß granate so kill zwei leute nein es ist noch nicht so weit ich hätte so gern auch einen base die bücken die bücken aber ernst ist es die ultima ja passt das messer mit der es ist einfach unschaffbar ich schaffe nicht mal die 100 kills was ist denn das heute für eine verarsche dieses ganze drecks geben gut die fahrt ist anscheinend 100 kills weil mal ein rieperganger Ich hab schon nur geträumt, ein paar... Ja, coole Arbeit. Kommen sie rein. Also, ich hab gehört, dass jemand hier wehnen. Ich hab gehört und die Mutter sind klein... Also, diese Waffe ist ja mit Abstand der größte Scam überhaupt. Ja, ich muss was machen. Tschüss. Ich hab auch immer die Pistole mit. Und meine zwei Finger. Was ist denn sonst? Alter, wo ist das Visier, dieser Scheiße, ja? Gut, die 100 Kills sind... 250 wären auf jeden Fall eine Challenge. Ich geh hier mal kein bisschen. Okay, da gibt keiner reingelaufen. Jetzt steppe ich wieder. Was soll ich denn? Sag ich ja. Die Granaten fliegen tiefer als eine Jahre, wirklich. So, egal, wir gehen jetzt durch. Deine Mutter... Nein. Ein Kill, ein Tod. Ein Kill, ein Tod. Ein Kill, ein Tod. So wird's nichts werden. Es reicht. Irgendwann reicht's wirklich. Der Billigabglasch mit einem guten Spiel. Er schießt durch die Wand. Jedes Mal schießen sie durch die scheiß Holzwand. Was soll denn die Scheiße? Wirklich? Was soll dieser Dreck? Hätte ich mal ein bisschen mehr Zeit ins Programmieren gesteckt und nicht ins Verkaufen von diesem DRECKS GAME, Mann. So ein DRECKS GAME. Der Breck kann durch... Hat's eigentlich irgendwo im Zweiten Weltkrieg, keine Ahnung, einen Container mit Granaten irgendwo gegeben, weil... Oh mein Gott, die Ehre wurde dir genommen, Bruder. Nein, Quickscope! Haha, nein, cool. Ich meine, noch irgendwelche Ehre heute. Ach du heilige Scheiße. Da sollte ich mal eine Granate hinwerfen, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ah genau. Nichts geschafft. Keinen einzigen Kill. Jeden angeheatert, aber kein Kill. 110 sind schon da. Schaffen wir noch 25 Kill... Ah, noch 120 Kills. Boah. Das wird schwierig in 8 Minuten. Nein, im Leben. Es braucht mal eine gute Runde. Oh nein. Ich hab auch... Ich bin so ein Volltrottl. Ich bin so ein Volltrottl, wirklich. So ein Volltrottl. Oh mein Gott. Türken-Belagerung. Tschüss. Kein Kill, okay. Ich hab noch nichts dazu bekommen. Nein. Wisst ihr, was ich interessant finde? Wisst ihr, was ich interessant finde? Dass die Granate immer nur mich killt. Es stehen 3 T-Mails rundherum und es tötet nur mich. Tschüss euch, ihr kleinen Hurensohler. Bin eh schon wieder getötet worden. Hier ein Affen. Auf dem Affen. Ah, ich mein bin ich... Immerhin hab ich ein paar Kill zusammengebracht. Aber wir spielen hier auch auf Schwierigkeit, ähm... Ernst über Recruit. Ah, Herr Spawnpicker. Was geht's denn so ab? Da kannst du nicht mal der beste Pro-Gamer sein. Wenn 10 auf dich gehen und ich auf deine Mutter gehe. Einer bleibt immer sitzen. Und das ist eh an der Schule. Oder seine Mutter. Okay, auch nicht. Okay, nein. Nein, nein. Ich werd schon wieder zu aggressiv. Ich werd schon wieder zu aggressiv, Leute. Das ist... Schau, wie ihr geht. Bist du angeschissen, oder was? Nein. Bist du angeschissen? Ja, ich sag so eine Prefying-Rate. Das ist ein Wahnsinn. Da hinten steht schon wieder so. Schon wieder so. Schon wieder so. Tschüss. Oh, perfekt. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ja, ihr hat halt mal nur so wenig Schuss, als ihr habt. Die Prefying-Rate von mir ist halt enorm. Wirklich. Also, da treffe ich nicht alles. Enorme Sachen. Nein. Die Granate. Oh. Grüß euch. Tschüss. Keiner gestorben. Na, perfekt. Doch, da liegen ja ein paar Leichen. Ihr kommt doch nie alleine. Wirklich. Eins gegen eins. Dann kommen wieder zehn Leute. Nein. Wirklich. Das ist eine Verarsche. Mit seiner Pistel. Mit seiner Pistel. Hat er größeren Schaden, wie ich mit dieser Ficker. Und wieder. Pup, 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 pup. Ich glaube, alle zehn schießen alle Granaten gleichzeitig auf einen Punkt und wissen halt einfach genau, wo ich hinlaufe. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Muss ich dazu noch was sagen? Das ist eine Verarsche. Das Spiel ist eine Verarsche. Dann die Mutter gefickt. Dann noch. Dann noch. Fünf Minuten noch. 100... Schaff mir. 97 Kills in fünf Minuten. Boah. Headshot. Und wieder eine Granate rein. Da, hier. Nehmt meine Granate. Ihr Klein... Mann. Nice. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Du... Du hast bestimmt einen Orden bekommen. Solche Leute wie du bekommen einen Orden. Wirklich. Die stehen in der letzten Ecke herum und snipen den ganzen Tag. Und solche Leute bekommen dann einen Orden. Andere, die an der Front gestorben sind, bekommen keinen Orden. Aber du. Weil du ja zurückgekommen bist. Du kleine... Nein. Und dann werden solche Leute wie... Sniper. Sniper. Werden gleichgestellt wie mit Leuten an der Front. Du... Du sitzt drei Kilometer von dem Ort entfernt. Niemand. Kann dir was ahnen. Wirklich. Niemand. Das wäre eine Überraschung, wenn ich die 50 Kills noch geschaffen würde in einer Minute. Das wäre eine Überraschung, wenn ich das überleben würde. Okay. Wieder aus. Es ist wieder vorbei. Wieder tot. Und wieder tot. Der ist nicht mal gestorben. Der ist nicht mal gestorben, Mann. Der ist nicht gestorben. Was ist das? Der ist heute schon wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, genau. Gut. Wir gehen noch einmal campen. Ich habe eine Minute Zeit. Oh nein. Oh nein. Das Problem ist, dass es Weihnachten... Wie Weihnachten. Du hast einen Haufen Geschenke. Und weißt nicht, was du zuerst das packen sollst. Und so ist es bei mir bei Gegnern. Ich weiß nicht genau, wem ich zuerst killen soll von diesen ganzen Hurensünden. Eins. Zwei. 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 Mann. Ja. Ja, das wird nichts mehr, Leute. Es ist sich wegen 30 Kills nicht ausgegangen. Mein zweites Ziel von 250.000. Ja, leider. Exakt 25 Leute. 4. 25. 24. 23. 22. Du kleiner Gaumann. 3, 2, 1. 3. 4. 5. 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 Untertitelung des ZDF, 2020